So, ähm, genau, fangen wir mal am Tage an hier, ich soll eine Achterbahn bauen, hier ist ja schon eine, aber die ist nicht fertig, Achterbahn bearbeiten, äh, okay, ähm, Kann ich die auch dann, hier sieht man die Dinger, Eins, zwei, drei, so, dann hier so ein Bogen, Okay, das ist da, das ist so, ich hab ja im Moment auch nicht so viel Geld hier zur Verfügung, So, da ist die Linie, Okay, ähm, ich muss da sehen, dass ich da von hinten komme, Ähm, noch eine Weile runter, So, okay, auf jeden Fall zwei, ähm, So, wo muss ich denn hin, Ähm, äh, ne, So, wo bist du denn, Äh, Ähm, Ähm, Ich glaube, der sieht gut aus, oder? Nee, hier ist die Mauer im Wege von dem Gebäude, Äh, Und was ist hier im Wege, die Palme, oder was? Äh, Ähm, Nee, Okay, ähm, Moment, du blöde Palme hier, Ähm, Ähm, So, die mach ich mal weg, Ähm, Vielleicht so, ja ich glaube so war es eben so genau ich habe jetzt noch knapp 800 dollar so testen so dass ich einmal mitfohlen wir sehen ich setze mich mal in den vierten wald kommen hin ein bisschen die aussicht genießen hier oben und dann geht es da runter eine schnelle und einfache fahrt so jetzt muss ich warten bis 600 gäste da ankommen und erreiche eine moderlichen gewinn von 4000 ok wenn da noch im minus aber sich daran 4000 plus habe das kann dauern ok habe ich die jetzt geöffneten noch nicht so was kostet die bahn den 11 dollar ok mache ich erstmal den anfang auf 11 50 so wo sind denn die ganzen leute da kommen welche da gehen welche so kann ich die grünen dinge anklicken eintrittspreise mit etwas um sich kannst du am eingang deines parks geld verdienen jo das ist ja mal so ne ok ähm sei vorsichtig eintrittspreise können die Bereithauffe der Gäste für Fahrgeschichte hohe Preise zu zahlen beeinträchtigen ja aber 10 dollar das ist doch eigentlich ok mal sehen wenn jemand vielleicht dann doch noch so aussieht wenn dann so gut wie keiner kommt gehe ich mit dem preis mal runter aber 10 dollar im moment ist jetzt nicht so teuer ja äh was die achterbahn ist nicht zu erreichen wie ach so ja hä was hat der typ denn da alles gemacht sag mal ähm der weg geht da runter da lang und da lang der eingang ist ok aber der ausgang nicht ok warte mal das ist ja mal doof ne ok der pirat der macht hier sachen ey das ist doch ok wie kriegen wir denn da den ausgang hin hm das ist ja merkwürdig ok wie soll das denn gehen Wie kriege ich das denn hier hin jetzt? Das ist merkwürdig. Äh. Wieso ist hier ein Weg? Wenn man da nichts machen kann. Ähm. Die wollen da rein, aber die können da nicht rein. Äh. Die gehen da hier hoch und können eigentlich da einsteigen. Aber. Ähm. Das ist merkwürdig. Hier ist ein Ausgang oder was und dann kommst du da nicht mal raus. Okay, wie machen wir das denn? Ähm. Moment, erstmal dicht machen. Ähm. Wenn das da geht. Okay. Ähm. Ähm. Wie kommen die da jetzt hoch? Das ist auch zu hoch jetzt. Warte mal. Ähm. Genau, die Wege, die Eingänge sind hier oben. Äh. Nein, bleib doch mal hier. Ähm. 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 Wie sieht das aus? Da ist der Eingang, genau. Auf der anderen Seite ist der Ausgang. Ähm. 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 Oh Gott. Ja, warte mal. Ne, das mach ich nochmal zurück. Ähm. 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 So. So. Drehen. Weiter ordnen das ja auch von so einem Bereich. Halt. So. Ja, ich weiß. Äh. 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 Und der Ausgang, da muss ich dann mal gucken, wie wir das jetzt hier hinkriegen. Ähm. Ähm. Kiesweg? Ne, kein Kiesweg. Steine. Sowas hier. So. Treppe. Äh. Treppe. Die Treppe. Okay. Steine geht's auch nicht. Ähm. So. Noch ein. Und dann. Mach ich den Weg hier rum. Äh. Da rum. So. So. Na, 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 na. So. Okay, das ist dann hier mit verbunden. So. Und dann. Äh. Mach ich jetzt mal die Bahn öffnen. Kann ich geöffnen, das wäre mir vorher nicht getestet worden. Oh, ja, gut. Äh. Erstmal testen. Dann fahren wir ab. Okay. Ist ja abgefahren, der Zug. Fuhh. Sch. 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 Mach ein bisschen was Naffen hier. Sch. 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 Müsste aber gehen. Ich hab ja so gesehen nichts geändert. Hm. Nur dass ich die verfogen hab jetzt. naja müll einmal brauche ich so wie sehr jetzt kann ich öffnen genau gut wo sind die geschäfte hier moment das ist ein mülleimer haus meister das ist ein haus meister wie viel habe ich denn kann ich das können keine ahnung dass die musik also hier kann man nicht vielleicht hier gerade mal personal genau haus meister 2 zwei müsse eigentlich reichen die sehen auch noch gut aus ok personal im moment 6 123456 alle im grünen bereich das ist gut ok ich brauche mülleimer mülleimer da haben wir requisiten gebäude und noch mal gebäude spezialeffekte was haben wir denn hier bei spezialeffekte werden hupala und kräftig mit bedrohen eine fahrtkamera zeitmaschine Naja, was ich dir jetzt auch hier genau gebrauchen kann. Okay. Äh, Lautbrecheranzeige? Hm. Für was auch das jetzt gut sein soll? Ähm. Vielleicht gibt er eher was von sich. Lautbrecher Musik? Okay, äh. Öl-Spritzer. Öh. Okay. Oh Gott. Brodelnder Dampf. Ah ja. Brodender Dampf, Brodender Dampf, Brunnen-Spritzer. Äh, Spezial-Effekte, Brunnen-Spritzer. Okay, das Geld haben wir schon mal erreicht. Ich brauche 600 Besucher. Und einen monatigen Gewinn von 2000. Okay. Ich gucke mir in der Zeit nochmal ein paar Sachen hier an. Haha. Das macht Spaß, Sachen anzugucken. Flammen... Wer verstoßt okay Schneewolken Flocken Fallendes Trockeneis okay Staub Fällt einfach mal so was runter hin und wieder mal Explosion BAM Ghost dann haben wir Fifi BAM noch eine Explosion okay Funken so wenig Spritz okay Dampfstrahl mittel okay was haben wir denn noch hier Dampf mittel Dampf 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 klein Dampf so es glittert so schön wenn das Flitterglitter im Glitter flittert Dampf 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 äh großes feuer naja hier so da drunter, oh das haus brennt ok oh da die was will ok bloß nicht da drauf treten haha großes wasserspiel ja es spielt schön aha ok kleines feuer wasserspiel konfetti das andere konfetti hui ok ok ein bell da schmaler flammenwerber schmaler flammenwerber oh ja hm ok rauch haben wir hier rauchstoß rauch klein nebel nebel ist gut mittleres feuer ok dann nochmal hier linienförmig wasserspritzer schnägerstöber ok schnägerstöber 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 schnäger 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 das ist hier so für die pflanzen gedacht von bach schnägerstöber staubwolke noch mal ein großer Wasserstrahl okay ich muss ja noch warten bis ich da 600 Gäste habe und ich brauche noch okay monatlichen Gewinn jetzt von 4000 gut ich werde hier mal die Folge etwas beenden also auf alle Fälle beenden so wie sieht es denn hier aus um die Bahn ist auch offen geöffnet ja warum fehlt denn da noch keiner mit 68 Prozent soviel bezahle ich für unvollständige Achterbahnen nicht die ist doch fertig die Bahn okay warte mal so 10,20 Euro was sag ich ja 10,20 mal sehen da kommen die nächsten mal gucken die alle gehen wieder zurück weil die das nicht bezahlen wollen gut dann bin ich etwas runter jetzt mit dem Preis mal gucken wieso fährt ihr denn von da ist noch keine drin mal sehen bezantiert hier ich brauche Geld Leute kommt rein hier da habe ich doch extra für euch gebaut naja okay die Bahn ist noch zu teuer ok ist immer noch zu teuer Wie wäre es mit 9,50 Euro hier? 9,50 Dollar? Ihr Geist, äh, ihr seid so geizig hier, Mensch. Bezahlt doch mal. Nein, die bezahlen das nicht. Okay, äh, gehen wir noch weiter runter. Wie wäre es denn mal mit 8 Euro? Ist das Geld genug für euch? Nein, die gehen auch wieder runter. Okay. So viel bezahlen die nicht. Die haben genug Eintritt bezahlt. Na gut. Wie wäre es denn mit 6,50 Dollar? Ist das okay? Nein, da gehen auch wieder einige zurück. Okay. Das wollen die auch nicht bezahlen, die vornen Säcke. 5,50. Ach, da kommen dann welche. Okay, ein paar wollen bezahlen. Das ist dann, geht noch. Okay. 5,50 ist dann okay für die. Gut, dann lassen wir das mal bei 5,50. Kriegen wir mal hin etwas. Haha. Bei so viel Besuch. Gut, alle gehen wieder zurück. Mal sehen, was wird denn hier jetzt gesagt? Immer noch 45 Prozent? Ha. da machen wir genau 5 Euro, äh, 5 Dollar. So. Das ist dann okay. Okay. Hm. Gut. Äh, was? Toilettenblock 142. Könnte mal geputzt werden. Okay. Hm. Obola. So. Ähm. Wo ist denn jetzt hier? Wo sind denn die Getränkestände? Die sind hier hinten. Haha. Hm. Mal gucken. Okay. So ist hier zu. Da arbeitet keiner. Oh. Die muss ich auch noch öffnen. Haha. Hm. Habe ich zwei Geschäfte und die sind ja noch geschlossen. So. Moment. Da brauchen wir dann halt Arbeiter einstellen. Nein Personal. Moment. Hier. So. Einmal. Einmal da. Einmal da. So. La 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 la. So. Okay. Dann haben wir da was. Was sagen denn die Preise hier? Ähm. 1, 2. So. Nein. Moment. So. 1, 2. Und dann. Ach Gott. 1, 2. So. Okay. Du. 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 Da. Wie. Nein. Gut. Was habe ich denn im Moment hier? Äh. noch nicht einmal 400 300 100 hmm okay so hier habe ich jetzt im Moment ich mach mal 25 da oder 5 20 da und 25 da jeder bezahlt dann 20 Cent mehr oder so ok bis ich da die 600 Gäste habe, dauert noch eine Weile bis ich das Geld unten dazu habe, dauert auch noch eine lange Weile und so weiter und ja dann würde ich jetzt mal sagen, mach es dann erst mal gut und dann geht es in der nächsten Folge weiter, mal gucken, ob ich dann die Gästeanzahl und so weiter alles hier zusammen habe, ich weiß es nicht so, mal gucken ach ja, so langsam fühlt sich das siehste gut, dann wünsche ich noch einen schönen Tag für den Abend oder was auch immer bleibe gesund und werde gesund wenn du ein bisschen krank bist, alles Gute und dann bis zur nächsten Folge hier in Planet Coaster bis dahin bye bye bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin